Sollte der Konsum und Besitz von Cannabis legalisiert werden? Deutschland hat es mit einem Konzept vorgemacht, in vielen anderen Ländern ist es auch schon der Fall. Ganz einfache Hergehung dabei, wenn es legalisiert ist, gibt es weniger Schwarzmarkt, es gibt weniger Kriminalität, es werden Leute nicht für den Besitz im Teenageralter vorbestraft und es gibt eben auch keine gefährlichen Nebenstoffe, die da drinnen sitzen. Es gibt einen geregelteren Graumarkt einfach, genauso wie Deutschland das der Fall macht. Klar, wenn man damit beginnt, wird der Konsum in der Gesellschaft vor allem am Anfang extrem ansteigen, wird danach aber wieder abflachen und in einen Normalbereich gehen. Über Drogen kann man nur reden und kann man auch nur darüber sprechen und aufklären, wenn sie in allgegenwart ein Thema sind. Und wenn man nicht darüber redet, Cannabis zu legalisieren, warum zum Fick ist dann überhaupt noch Nikotin und Alkohol legalisiert? Selbes Prinzip, man kann es auch nicht mehr verbieten und der Graumarkt ist riesig. Es werden Tonnen an Cannabis allein in Österreich jede Woche hin und her befördert und verkauft und es macht keinen Sinn, so zu tun, als ob das nicht der Fall wäre. Und deswegen ist Legalisieren der einzige Schritt, wie man das in eine regulierte Graumarktform bekommen kann, wo der Staat davon profitieren kann, wo man den Handel überwachen kann und den Schwarzmarkt eindämmen kann. Hey du, ja genau du, du das Video scherst gerade, du interessierst dich scheinbar für Politik, für ein paar Fragen? Dann gib bitte wählen. Am 29. September sind nämlich die Nationalratswahlen in Österreich und deine Stimme zählt, denn wir wollen keine rassistischen und ausgrenzenden Parteien hier an der Regierung haben, sondern wir wollen ein sozial gerechtes Österreich für alle Menschen haben. Und dementsprechend bitte gewählen, gib deine Stimme ab und wähle nicht diese menschenfeindlichen Parteien. Das kannst du machen, indem du einfach in dein Wahllokal gehst oder bis zum 25. September, je nachdem wann du das Video siehst, noch eine Wahlkarte beantragst. Das geht ganz einfach online mit der digitalen App, digitalen Amt-App, so rum, oder auch per Postweg und dann kannst du diese Wahlkarte einfach in einen Postkasten einwerfen und du hast gewählt, deine Stimme zählt und genau das gleiche solltest du auch Leuten in deinem Umfeld erzählen. Freunden, Familien, klär die auf, schick denen vielleicht das Video, wenn es ein Thema ist, was heiß diskutiert wird und ansonsten wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit der Beantwortung dieser Frage. So, SPÖ sagt, nein, die SPÖ will, dass der Cannabiskonsum entkriminalisiert wird. Ja, das ist ein erster Schritt, okay, aber trotzdem nicht das, was man braucht, um einen Graumakt zu kontrollieren. Schon 2016 setzte die SPÖ in der Regierung Regelungen zur Entkriminalisierung von Cannabiskonsumentinnen um. Diesen Weg gehen wir weiter, dazu werden wir auch Erfahrungen aus anderen europäischen Ländern wie Deutschland berücksichtigen. Ja, okay, ist kein schlechter Ansatz dafür, dass wir so ein ultrakonservatives Land sind und eine der größtbestimmten Parteien sowas sagt, okay. Okay, FPÖ sagt halt ganz klar, nein, Cannabis ist die Einstiegsführung Nummer eins im Suchtmittel missbraucht. Ich scheiß mich an. Okay, Grüne sagen ja, die Grünen haben seit 2001 die Cannabis-Legalisierung in dem Programm. Wir halten eine staatliche Regulierung im Cannabis für zielführende als die gescheiterte Verbotspolitik. Flankiert wollen wir einen Ausbau von flächendeckenden Präventionsangeboten für Jugendliche auf Augenhöhe. Ja, erste gute Antwort von den Grünen. Wir fordern die Herausnahme von Cannabis aus dem Suchtmittelgesetz, da sich auch der internationale Erkenntnisstand zum Suchtpotenzial geändert hat. Cannabis soll jedoch nur in einem konzessionellen System ähnlich sein, zum Beispiel. Das ist Schwachsinn. Das ist wirklich Schwachsinn. Es ist ein Suchtmittel. Nur weil es körperlich nicht abhängig machen kann, ist es trotzdem ein Suchtmittel. Das ist Blödsinn, wirklich. Damit wird einfach ignoriert, dass es mentale Zustände bei Menschen gibt. Bierpartei, ja, keine Antwort. Hanf ist ein vielseitiger Werkstoff, ein Heilmittel, umweltschonend und Menschen konsumieren ihn seit Ewigkeiten. Das Verbot von Hanf war immer schon ein Fehler, was immer mehr Länder verstehen und ändern. Ja, macht Sinn. Ich finde die Bezeichnung Hanf so lustig einfach immer. Drogen werden konsumiert, ob legal oder illegal. Oh, Rede Löwe. Sprich weiter. Die Cannabis-Legalisierung bedeutet die Entkriminalisierung von Konsumentinnen und einen Schlag gegen die Mafia-Strukturen des Drogenhandels. Durch die Entlastung der Justiz und Einnahmen für den Staat kann in Präventionsprogramme investiert werden. Rede lauter, Löwe. Rede lauter. Sprich über das Haschisch, du kleiner Kommunist. Ja, jedenfalls im Rahmen von medizinischen Behandlungen darüber hinaus sollte man dies offensiv diskutieren auch hinsichtlich der gleichen Beurteilung mit Alkohol. Nein, du kannst Alkohol nicht mehr aus dem Verkehr ziehen. Was glaubst du, was dann passiert? Die Bodyguards fuhren ja mal auf im Amok, wenn die nicht ihr Bier saufen können, nachdem sie von der Arbeit fertig sind. Das kannst du eben nicht wegnehmen.